Dass man das so offen hält wie möglich, dass ich nicht Leute verprelle auf ihrem Weg. Das möchte ich nicht. Die sollen schon ihren Weg gehen. Mir geht es wirklich darum, dass ihr so schnell wie möglich erkennt, dass ihr so ein Dickicht habt wie jeder Mensch. Nicht nur du, ich auch, alle. Insbesondere die, die es nicht wahrhaben wollen oder die da gar nicht dran denken. Bei denen ist der Haufen noch größer. Dass da eben was ist, durch das man durchkommen möchte, also eine etwas unverzerrtere Sicht der Realität und dass man das üben kann. Und dass das halt ein zentrales Thema ist auf deinem Weg zur Non-Dualität, zur Nicht-Dualität und noch weiter. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.